ARD Text im Auftrag von Funk Ich wollte mir gerade überlegen, was ich sagen wollte Du hattest eine Aufgabe, die mal auf Play zu drücken Ja ne, ich mach das im Menü hier Ich stell euch alle vor, also sagt Hallo, wenn ich euer Name aufrufe Sonst hasse ich, wenn ihr nicht Hallo sagt Gut, mach Gut, 3, 2, 1 Hallo und herzlich willkommen bei MV3 Ja, mal wieder eine Runde zusammen mit dem Markus Hi Mit dem John Ciao Und den Sven Hallo Und natürlich noch den Senor Hallöchen Ja, würde ich sagen, können wir dann starten oder? Ja, von mir aus können wir starten Ich hab ein bisschen länger gebraucht, Philipp, jetzt bist du mir aber nicht böse Nichts Was? Oh nix, was doch gerade gesagt, wenn ich Hallo sagt, ja Bist du sauer? Ich bin nicht sauer, ich mag das einfach nicht, wenn ich Hallo, wenn ich dich ankündige und du sagst einfach Nichts Fünf gegen drei, äh, fünf gegen drei, äh, fünf gegen drei Und wir spielen auch der schönen Märk mischen Also Auto zuweisen, ne, jeder Auto zuweisen Zenox, geh ins erste Team Zenox, geh ins erste Team Zenox, geh ins erste Team Nein Oh, ich hab den Zenox Oh, ich hab den Zenox Oh, ich hab den Zenox Ja! Oh lord Oh, die Teams, alter Oh, Gott WTF, alter, ich muss meine Mausintensität ein bisschen Ja Wo ist denn John? Da ist er Moin Tim Stabil gegen... Was soll das? Wo bin ich hier gelandet? Boah StabilTV gegen Grimsey oder was? Ah ne Wank Wo ist denn... Oh, auf der Start würde ich mal sagen WTF, Phil, get up Ich kam alle um die Ecke, weißt du Jetzt sind doch alle da, jetzt kommen wir ja Marc Das ist unglücklich Die sind mir genau reingelaufen in den Sinne Weißt du was schön wäre, wie ich jetzt, ähm, es ein Bus Simulator Multiplayer-Mod geben würde könnten wir das im Anschluss aufnehmen. Hol dir doch Farming Simulator, da gibt es einen Multiplayer für. Ja, der hat mir der Tyler einfach schon angesprochen. LOL, der snipet! Surprise, Motherfucker! Und ich hab extra nur so ein bisschen vorgeguckt, weißt du? Wo snipet er? Hab ich jetzt auch nicht so schnell gesehen, der war so schnell tot! Bei ihrem Spawnpoint waren sie vorher. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich hab hier nur die Leiche gesehen. Ich bin da, wo du gerade vor Ewigkeiten warst, um die Ecke geguckt und zack, weg war ich. Ah fuck das, ich muss ja noch die Bombe entblenden. Alles klar! Ja, dann plant sie mal. Die Fusen, man! Warum entblenden heißt er, ist er eigentlich aufgebildet. Lass mich in Ruhe aufzuschießen! Hardcore wäre geil, lass mal das mit Hardcore spielen. Ach so, ist gar nicht Hardcore? Hast du keinen Schaden bekommen, Phil? Nee, mit Teambeschuss ein, mach das hast du! Hardcore ist aus! Mach mal Teambeschuss ein, das ist viel geiler! Nee, Teambeschuss ist auch aus, das ist doch normaler. Nee, das ist doch geil, Teambeschuss ein! Wir haben auch voll episch was! Na egal, komm, machen wir weiter! Die Runde machen wir so, wir können ja nichts hier gucken, wie wir das machen dann. Ja, okay, lass mal Wann auszugehen. Oho! Ich hab gar nicht hingeguckt! Ups! Nee, nee, ist nicht schlimm! Weil der Snipe bestimmt jetzt... Ich hab direkt eine Klasse 1 und 2, weil das nachgemacht wird! So wollte ich nicht. Da hab ich zu spät geguckt. Boah, da ist auch, da ist auch, nein! Ah, kacke, ich wollte in Deckung gehen. Ich muss mal wieder warm spielen hier. Ach, bin ich alleine, oder wie? Nee, nee, jetzt halt noch mal noch zu zweit. Zeigende Spannung! Oh! Komm, wir machen mal so was! Wenn jetzt eine Team in zu null schafft, ich weiß nicht, acht Punkte sind da, glaube ich, eingestellt, wenn es Team 8 zu null schafft, muss es Antretien irgendwas ganz Schlimmes machen. Irgendwie so, äh, lol! Oh, lol! Phil, du hast ihn schon gesehen, oder? Jonas, er sieht ihn zuerst, du tötest mich! Das ist ne Schweinerei! Nice, Phil! Ah, sehr schön! Sehr schön! Uiuiui! Alter, warte! Echt nice gemacht! Ja, ich hab erst überlegt, ob ich die Aufklärungsdrohne überhaupt raus hau, aber warte Gott, doch ne gute Entscheidung! Ich wusste überhaupt nicht, wo die waren! Suchen und zerstören! Schreibst du was? Nöööö, lauft mal! Oh Gott! Oh Gott! Achtung! Alter! Ich hab den anderen leider nicht gesehen, tut mir leid! Bist du tot? Nee! Nee! Boah, Alter! Du hast mich vor allem verschrocken! Tom, was läufst du denn da rum? Nice! Gott! Ich find es vergaiden, wenn die Runde zu Ende ist, denn du der unendlich bleibt! Okay, ich hör auf! 2-3! 2-3! Was hat er denn, eine Schrottflinte? Ah ne, Sniper! Ja, da läuft jetzt Sniper rum, ich weiß nicht! Jetzt hast du ihn wahrscheinlich erinnert, ne? Jetzt wird er die Schrottflinte raus, nein! Scheiße! Wir brauchen so ne Notfallklasse! Ich laufe diese Fälle! Ich hab noch gar keinen Kill! What the fuck? Ja, leck mir am Arsch! 6! Ja... Das war mein Sniper Kill! Lass mir bitte den... Jetzt hab ich den Hight extra dafür rausgehauen! Hast du gerade C4? Warte mal, die werden erst durchgerusht, dann hab ich gehofft, dass ich vielleicht einen erwische! Das ist die C4, Alter! Ja, die geht komplett falsch auch! Boah, weißt du, was mir gerade so auf die Idee kommt, wenn wir so StabilTV gegen Noobs sind? Wenn wir so... Nein, nein! Ja komm, aber ist doch unfair 3 gegen 2! Ja klar, das ist leider... Und dann auch noch das... Boah, fuck! Alter Vater! Oh, loll... Hat er uns schon beide weggemoscht? malicious Alter... UsoAA S-maia... Ohohohohohohohooh Das ist nicht sein Ernst, das ist nicht sein Ernst ne? Alter, wie viel er gefressen hat. Der schluckt wie ne. Alter! Der schluckt wie ne, ja? Guck dir das an. So habe ich ihn vorher auch schon angepickt. Aus der Entfernung! Das ist toll. Zwei Hits ne? Die andere Landung ist direkt daneben gegangen. Aber ich dachte noch so, ich kann die von hinten absnacken, ey. Ist nicht wirklich. Die Flash war aber eben geil. Ja, du hast voll geflasht, ne? Seh ich schon, dass auf mich geballert wurde und... Oh, in dem war's. A lang! Enden! Den hab ich nicht gesehen. Lol, da schleicht dahinten! Oh, ne! Mann, ich hatte grad meinen fünften Kill oder so. Ne, vierten Kill. Hatt ich grad schnell ziehen, du Arschloch. Ne Schweinerei ist da doch... Megaschlecht. Alter Sven! Campen muss man wirklich nicht! Ey Phil, er... Mann, wo kann ich meine Maus-Sensivität drunter stellen? Alter, ganz ehrlich. So was lässt du bitte Sven, sonst macht das echt keinen Spaß. Alter Phil, ne? Ja, was sollen wir sonst machen? Wenn da die Bombe legt, ganz ehrlich. Ja, ne! Du kämpfst ab und zu, das ist echt so. Das ist echt so. Du musst dir zugeben, du kämpfst auch ab. Ja, dann war's. Ist mir halt mal öfter aufgefallen. Jetzt zockt das. Einer ist bei B. Äh, bei A, sorry. Ja, Mann, hör auf! Ja, der Scheiß-Rollflitte hier! Alter, ich bin... Kack! Oh, fuck! Leute, was holt der denn denn? Fick eh eben raus! Ha, 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 ha! Oh, lol, du warst hinter mir, ich hab' ich gar nicht gesehen. Da haben sie ja ihre perfekten Waffen gefunden, ne? Ab ist denn wer noch zu einem Blut schien? War gut, Sven. Wer hat ihn jetzt auf die Schrotflitte gebracht? Das war's für jeden, du! Ihr sagt ja immer, ich kann nichts mit Schrotflitten, also nämlich jetzt Schrotflitten! Das hat noch nie einer gesagt! Wer hat das gesagt, kommt jetzt zurück! Ah, okay. Oh, das ist jetzt... Ich auch. Da schießt einer. Ihr frisst ja diese Aufklärungsdrohne! Geht doch! Da, Fonny! B lang! B? Jo. Und hier ist Markus. Boah, fuck! Ja, aber ey, ah, der geht planten! Oder auch nicht! What the fuck! Oh, ich war im Chat, fuck, ich hab... Pass auf, die haben... Nein, ich sag nichts. Wo ist denn der? Gewesen? Der war unten. Der war unten. Am Bagger. Er war da in diesen Gassen irgendwo, und hat seinen Ox gekillt. Nein, Markus! Nein! Nein! Ich hab ihn auf! Ich hab ihn auf! Das war geil! Boah, ich hab seinen Lauf gesehen! Sein geiles Halter im Fahrt! Das sind die Verzweiflung Samtex! Geil wär's gewesen, wenn sie wenigstens... Komm, wir machen die jetzt hier weg! Wir putzen die weg! Jetzt holen die von auf! Das war aber letztens das mal genauso! 4-0, nein, und dann holen die auf! Boah, nee! Also weg! Scheiß Flash! Der ist oben bei A, war der! LOL! Oh! Okay, da hab ich auch noch mal in den Shot reingetrifft! Aber er hat Markus! LOL! Ich hab einfach reingefordert! Ich hab's gar nicht gesehen! Alter, das mit dem Seitenwechsel hier zwei Runden ist aber nervig! Ja, du müsstest ja eigentlich komplett ausstellen! Oder alle, wenn wir acht Runden sind, dann bei vier Punkten nicht! Ich glaub, alle drei Runden reichen irgendwie! Nee, bei vier! Guck mal, das reicht auch! Oder vier, ja! Aber dann müsstest du zwölf Runden einstellen, insgesamt! Ja! Mehr Runden wär auch geil! Passt doch mit 15 Minuten oder sowas Ding! Alter! Was willst du mich verarschen?! Ich hab dich das gar nicht gesehen! Wie viel nehmen hast du noch? Äh, nicht mehr viel! Da hätte ich eine Bienen jetzt stechen können, wär's tot gewesen! Ohne Stahl! Oder wir fliegen anfurzen! LOL! Was war das denn? Um die Ecke und tot ist er! Alter, wie ich nur kurz deinen Kopf gesehen hab und dann... Warte mal! Ist der nicht ein Feind? Alter! Alter! Das ist das euer Ernst! Das liegt der Langkunde! Ach! Oh, Alter! Ja! Oh! Nein! Bei uns hinten am Spawn, oder? Wo ist denn John? Auch da! Ach! Nicht mehr die Schrumpf! Fuck! Nice! Wo hast du verzogen! Ja! Ja! Mann, ich hatte ja noch eine Aufklärungsdrohne und Vorräte und was heißt... Ja! Erstmal in den Fuß schießen! Erstmal in den Fuß schießen! Erstmal in den Fuß schießen! Da! Da! Da Oxen! Hi itte! chosen! Dassel